Ich hab geträumt, wir würden im Bergwerk arbeiten, wie in alten Zeiten. Als Bergmann warst du eine ziemliche Fehlbesetzung. Das hält man ja auch nicht aus. Schuftet sich's kreuzbucklich für den reinsten Hungerlohn. Weißt du noch, wie wir das blinde Pferd gekauft haben, mit dem die Kohle weggeschafft wurde? Wie hieß es noch? Das war keine gute Idee. Reinhard, Fridolin, sowas. Rudolf Ferdinand! Genau.